Breitscheidplatz fällt aus. Zu dieser Stelle, zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich auch so, aber es ist vielen Leuten und vielen Verhandlungen zu verdanken, dass wir heute hier mit einer Bühne, mit Musik, uns versammeln dürfen. Und euch, die besten Fans der Welt, hier begrüßen dürfen wir natürlich willkommen in Berlin! So, weil der Breitscheidplatz gehört irgendwie zum BVB, wenn er in Berlin ist, einfach dazu. Und wir lassen uns das versammeln und feiern einfach nicht verbieten. Wir werden in den nächsten zwei Tage eine richtig geile schwarz-gelbe Party abhalten, oder? Und das kann man halt nur mit den schwarz-gelben Fans, mit den besten Fans der Welt, hier in Berlin! So, ihr merkt schon, es ist einiges anders als im letzten Jahr. Zum Beispiel gibt es hier den ein oder anderen Kopfhund. Es gibt bis heute noch keinen Bierwagen hier auf dem Platz. Warum steht nicht mit dabei? Eigentlich haben die besten Fans der Welt natürlich den Bierwagen verdient, aber es gibt auch keine Schadenbedingungen. Und so bin ich an der Stelle, die sich dann wirklich wieder ein bisschen dazu verantworten. Und dann wollen wir gleich hochholen, hier sind Flaschen oder was. Aber passt bitte darauf auf! ETR wohl zu den Flaschen gesagt haben, dass wir hier nicht über unsere Eingnisse sehr gut stürzen.